Herzlich willkommen, hier sind neue WS News. Die Udine stellt euch vor. Ja, ihr seht ein britisches U-Boot. Oh mein Gott, das Spiel wird kaputt gehen. Wie man sieht, es ist ein forschbarer Schiff. Das heißt, wenn die britische U-Boot schon angekündigt werden, das heißt, die kommen bald in ein Spiel rein. Das heißt, der VIP-Status von U-Boot wird immer geringer. Das heißt, bald können wir die U-Boot bald freiespielen. Und natürlich, ich habe auch relativ viel U-Boot gespielt. Ich kann dazu meine persönliche Meinung dazu sagen, sind die britischen U-Boot kompletter Müll oder sind die relativ, kann man sagen, gleichständig von den amerikanischen und die deutschen? Wir gucken uns genau an, welche Besonderheit die U-Boot haben. Kommt auf meine persönliche Meinung, ist meine persönliche Meinung, die komplett als Müllabstempel oder sagt, boah, die sind doch relativ gut gleichwürdig mit den amerikanischen und die deutschen? Mal schauen, was die Stats hier für Worgämme hier angekündigt haben. Und ich setze den sofort liked aus von den Adin. Adin hat 9600 Lehm. Ich glaube, die deutschen haben auf Stufe 6 ein bisschen mehr. 90mm ist ja klar. Wir haben eine Batterieleistung von 30, so 300, keine Ahnung, für viele Sekunden, das unter Wasser ist, aber 300, ich weiß nicht, muss man irgendwie umrecht von 300 auf so viele Minuten bist du unter Wasser und sonst irgendwas. Keine Ahnung. Der Sonar-Ping geht bei 6,5 und tut er sich aufladen. Der erste Ping ist immer bei 25 und wenn wir den Ping doppelt treffen, sind wir knapp über eine Minute. Eine maximale Torpedo-Reichweite haben wir, also mal von der Sonar-Ping sind wir bei, also wenn der Sonar-Ping schon bei 8km sind die Tops genauso. Acht Torpedos haben wir, also mal 8km ist der Ping und Torpedos haben wir 6x1, der Torpedo-Schaden ist bei 5.676, Reichweite 8km, 76 Kloten schnell, das ist verdammt schnell. Also relativ sehr schnell, das ist ja so der Briten, also die von der amerikanischen Art. Wieder 45, das ist relativ schnell, würde ich sagen. Aufsichtsreichweite 6x1, das ist ziemlich so hoch, das ist ja also die japanische Variante. Und wir haben eigentlich ein Bug, haben wir so ein Bug, wir haben drei im Vorderen Bug, drei Stück. Also drei haben wir im Vorderen Bug, haben wir. Aber ich glaube, ja ich glaube, so drei werden glaube ich, drei im Vorderen Bug werden glaube ich nachgeladen, wie ich so weit verstehe. Also die sind bei einem Kanabin ja zwei nachgeladen, die Deutschen gleich sind natürlich alle durchgeladen und hier bei einem Briten mit ja drei Toppedos nachgeladen im Bug. Wir haben ja sechs Stück vorne, also hinterher Teil, also hinten sehe ich hier gar nichts. So wir haben eine Hauptbatterie, haben wir, also wir haben schon eine Secondary Batterie. Ja, sind wir, schießt bei vier Kilometer, aber ist SAP. Also, das ist alles von sechs. So, wir haben eine Geschwindigkeit von 20 Kiloten. Das ist nicht schnell. Speed 20 Kiloten, das ist nicht schnell. Sehr langsam. Denk mal, du spielst ein Schlachtschiff. 20 Kiloten fanden ja schon die Schiffe auf Stufe vier, ja. Aber 20 Kiloten ist echt nicht schnell. Das ist eher langsam. Das ist eher ein Nachteil. So, die Gruppe zur Schiffe sind bei 410 Meter. Wir haben eine Ruderstellzeit von 6 Sekunden, ein Termit von 5,5. Uh, Termit ist wieder geil. Ein Termit ist echt cool. Auf 6,30 fahren zwei Kilometer. So, wir haben hier Dämmigke-Crawl-Party. Wir haben drei Stück. Wir haben den Hydrofon und den Hydrofon für die U-Booten. Auf 6 Kilometer, okay. So. Erstmal so Gruppe-Fazit. Also, der 6er ist kompletter Müll. Mal wie man es schon sagt. Der amerikanische ist schon teils besser. Der deutsche ist schon teils besser. Also, reichweitemäßig ist kompletter Graus. Also, reichweitemäßig, also, wenigstens auf 10 Kilometer. Also, ungefähr, der amerikanische Wert, ungefähr, glaube ich, hat, glaube ich, 10 Kilometer, glaube ich. Ich bin, weiß nicht, hier, ich glaube, das waren 10. Aber ich glaube, das waren ungefähr 10. Wir haben hier 8. Also, 10 Kilometer ist schon auch so, so, okay noch. Also, wirklich noch einen ganz guten Rahmen. Aber 8 Kilometer, das ist schon ein bisschen too much. Also, 8 Kilometer, ich finde, ich persönlich, als relativ nur ob und zu, also, ich kann schon mal so sagen, 8 Kilometer ist echt beschissen. Also, wenn man, wenn man unter den T-Level-Bereich ist, so zwischen 5er oder 4er, dann sagen, okay. Aber mit U-Booten kannst du teils auch bis auf Stufe 8. So, in den meisten Schiffen haben teils 8 Kilometer schon eine Wasserbomben schon. Also, hier mit 8 Kilometer um die Ecke kommen, das ist echt schon grenzwertig, das ist schon sadistisch schon. Also, der 6er, würde ich sagen, kommt, macht wenigstens auf die Amis, wenigstens auf 9,5 wenigstens, also wirklich auf 9,5 Kilometer wenigstens Reichweite. Würde ich sagen, ist es nur wenigstens okay. Aber hier, sag mal, von den Wehren, was ich hier sehe, ist der unter den Amerikanern und noch unter den, der deutsche 6er ist ja eh, relativ weit oben. Also, von den deutschen U-Booten sind die weit, weit, weit oben. Also, die deutschen werden öfters gespielt, wie die Amerikanern, ja. Also, die Amerikaner haben dafür andere Spezialitäten, ja, die haben relativ schnelle Torps, ja. Aber hier, boah, der ist, würde ich sagen, also, grob im Ganzen, ich als relativ U-Boot-Spieler, wenn man schon etwas auskennt, ist der 6er so von dem Torpedo-Reich, also von Torpedo-Range, was das Ding besitzt, kompletter Müll. Also, könnt ihr, braucht ihr dieses Ding noch nicht mehr anpacken, noch nicht mal, gleich, deswegen. Also, hier wegen, auf 9,5 Kilometer ist noch VIP, wird noch getestet, aber hier würde ich eher so auf 9,5 nur wenigstens noch hochgehen, wenigstens 1,5 Kilometer noch, dann ist man noch etwas, noch im Rahmen noch, wir sagen, ist noch okay. Aber 8 Kilometer an U-Boot zu geben, mit Reichweite, nee, also, das kannst du echt in der Tonne treten, Wargaming. Das ist ja fast so, ja, dann kannst du, kannst du Ding ja gleich, äh, gleich an Bord schmeißen, ja. Naja, das ist jetzt mal der T6-U-Boot, wir gucken uns gleich unseren T8-U-Boot an, mal gucken, da etwas besser ist, wir sagen, wir sehen uns, also, wir sagen, gleich, wir sehen uns mal T8, wenn wir mich etwas abregeln, wir sagen, wir sagen, bis, also, mal, ja, wir sehen uns gleich bei T8. So, hier sind wir, hier weiter, wir wissen, dass wir bei Sturdy ankommen, Stufe 8, wir gucken uns mal, wenn wir mal die Wetter an, bam, da sind die schon mal, die Sturdy, hat 12.800 Leben, das ist schon mal etwas besser, das ist angenehmer, schon relativ gut, und wir haben jetzt eine Batterieleitung von 300, äh, 330 zu sehen, jetzt haben wir jetzt, uh, das haben wir ein bisschen mehr bekommen, aber gesagt, man muss mal umrechnen, so, der Sonar-Ping ist immer so bei 6,5, wenn wir einmal pingen, sind wir bei 25 und wenn wir doppelt pingen, um 5,50, oh, 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 also, wenn wir, es gibt, es geht, du kannst ja noch erhöhen, da bist du über eine Kompetenz planen, eine Minute schon, okay, der, der, der Prieten, den Mexican, ja, schon, okay, der, der Stärke ist hier der Sonar-Ping, langsam. So, maximal eine Reichweite von 9 Kilometer, ist auch nicht immer, noch immer noch nicht besser, ab Stufe 8 haben die, die, äh, amerikanischer schon, haben schon 11 Kilometer und die Deutsche und 12 5 die ich glaube wir wollen die u-butter halbwegs balance aber neun kilometer ein kilometer mehr also wenig wenig auf 10 15 also wenig 1,5 kilometer wenig etwas erhöhen aber 9 kilometer ist immer noch grottenschlecht also ich weiß nicht also das ist immer ein bisschen das ist immer noch gewissen von torpede reich wird immer noch scheiße aber ganz ehrlich ich hoffe wird etwas angenehm aber also hier also wenn du wenn du spieler nicht darauf achte ich habe wirklich grund gehabt kann ich schon mal sagen es gibt wie gespieler die jahre wie ich u-butter wie krampfhaft auch und dann sieht er seine arme britische mit nur mit neun kilometer weiß ich ja wohl wo ungefähr da ist die glaube die frieden wenn glaube er unbeliebte klasse sein also die die das ist bemerkt man die die sind ganz weit unten also die die armys und diese deutschen sind immer noch relativ dreht dort ist ja klein sind immer sind die immer noch erster da kommen die da kommen die amerikaner hybrid also wenn ein wenn die wenn die anderen nationen teils besser sind wie die wie die prieten also das wird hier ein kraus werden also also die britische u-butter würde ich mal anspielen und mal mal gucken die auch die haben ja die ja schon als forschbare zweig schon angekündigt ja wie es aussieht und das heißt ja der nächste ja wenn wir kommen die bald kommen dieses jahr noch die u-butter komplett ins spiel noch ein aber neun kilometer finde ich persönlich doch grottenschlecht also wirklich wenigstens 1,5 kilometer wenigstens erhöhen da sind etwas noch spielbarer aber neun kilometer das ist extrem sadisten ja schon naja wir haben hier torpedos haben sieben stück haben an bord eine maximale der menschen ist gleich geblieben bei dem ist es gleich geblieben bei dem ist es gleich geblieben neun kilometer reichweite spiel ist gleich geblieben wie dort ist auch gleich geblieben reichweite genauso secondary wurde auf ein kino komischweise die technik wurde auf ein kilometer erhöht ist auch völlig schwach sind und dafür sind wir spiel 25 5 gut mehr bekommen fünf kunden mehr so jetzt haben wir von ruder chef und wenn wir schütteln sind bei 460 meter ruder schütze von fünf sekunden damit 6 1 6 1 das ist ja grottenschlecht 6 1 das schlimmste wert also kann wir sich sind hier gleichgestellt mit den amerikanern ja aber du hast ja neun gemeint das heißt ja du hast ja 3,9 kilometer toleranz hier acht durchsteine beiden den sechster bei den sechster u-boot ja von prinzip 5 5 das ist jetzt sehr angenehme torpeder reichweite 6 1 boah das ist das extrem sadisten also ich weiß hier hatte wogeleber hat sie haben sie für die u-boot als sadisten abzusteppen oder die spieler also als sadisten hier hinzustellen 6 1 ist echt heftig die die arm ist ja der achte alter hat er schon den wert und spielt auf elf kilometer es geht ja noch das relativ sehr hohe du hast ja klappt sechs kilometer toleranz dazwischen aber hier ist 3,1 betreiben 3,9 3 3,9 kilometer toleranz dazwischen noch aber ich glaube der zweig wird auf dem zimmer noch ein bisschen gebracht werden aber so neun kilometer ist echt schon heftig aber so und aber 6 1 das ist schon das ist das das geht ja gar nicht also ich habe gefühlt die wollen ja die prieten ja also nahkampfschiffe um den langsam dass wir so wirklich nachkampf u-boote sind okay also immer noch relativ weit unten von den plänen von von es jetzt immer aber es ist noch für ich denke mal wird noch ein bisschen rumgeschraubt aber so und sonst persönlich finde ich die britene u-boote echt ich kann man sagen mein bisschen meinung ich beschissen naja aber komischerweise bei 16 ist mir aufgefallen hier gibt es keine alternativ torpedos hier wir haben ja okay die wir haben hier wir nun mal also 1 torpedos aufgeladen buch wenn drei ok so hin haben wir eins ja hin aber ein torpedos und vorne mit drei aufgeladen ok genau die auf den 22 22 von dem verbrauchsmaterial ist also weil ich sie alles gleich geblieben also das einzelheftige ist ist im übel zu hohen tarnwert was so was das sind bekommt oder beschissen torpedor reichweite aber hier fehlt mir hier ist echt die alternativ torpedos ich glaube der hat nur die sucht und ziehen torpedos nur nicht die alternativ torpedos oder was was die anderen dazu nahmen hier ist es komplett weg also ich hier sieht es aus ich hier solltest du wirklich mit ihr homisch torpedos arbeiten aber dazu bitte wenn du mir nur mit der reine ziel so ein torpedos arbeitest warum und so ein beschissen torpedor reichweite zu noch der beschissene kurz sie mir noch also hier der zweig wird mir nicht schlüssig sein ich habe ich habe eher so das gefühlt das sind eher so nahkampf wurde mehr wirklich nahkampf bereiche agieren sollen naja wir sagen wir gucken uns gleich mal der 10 uns genau an und wir sagen da kommen uns mal uns genau man würde ich danach meine komplette fazit abgeben naja wir sagen wir gucken uns gleich unter 10 ubud an jetzt kommen sie hier stehe euch jetzt den treasure fordert hier zehn britischen ubud klasse so wir gucken uns mal uns mal im land so wie ich will mal ganz immer fazit abgeben so der treasure uns genau die werte an so die zwischen 16.800 leben besorgen wir sagen ganz mit lebensstation ganz gut dabei so 90 meter ist ja klar wir haben das batterie leistung wurde jetzt auch wieder 10 prozent erhöht wie immer seine hauptbatterie jetzt haben wir eine hauptbatterie auf stufe 10 oh mein gott gold batterie 1 x 1 102 millimeter reichweite von sechs kilometer einer sap schon von 2250 schaden 30 mit der deckpanzer durchschlag die sap minus geschwindigkeit von 850 meter wieder von fünf sekunden eine komplette 180 grad drehen über 80 sekunden sie streuwert von natürlich 60 meter und sieht man wird von zwei so jetzt kommen wir das ist das glaube das ist der highlight bei den zwei klammern der sonar ping bei sechs sekunden ok fünf sekunden haben sie weggenommen der erste ping 25 der zweite ping 65 sekunden bitte was 65 sekunden für den zweiten sonar ping okay wenn man du kannst du kannst du kannst ja die sonar ping ja noch verlängern noch da bist du bei knapp zwei minuten what the fuck okay das das ist schon ein bisschen krass das ist schon ein bisschen hardcore also hier hier ist es schon der glaube der highlight bei den briten eher der sonar ping ein bisschen mehr naja maximale sind wir bei zehn kilometer also die deutschen haben schon vierzehn und ich glaube die amies haben schon zwölf also schon zehn ist schon etwas angenehmer naja wir haben hier torpedos haben wir elf an bord ist extrem viel der mensch ist gleich die geschwindigkeit sind wir bei 18 kunden beinahe schnell also wie der geschwindigkeit ist echt schnell geworden wie wir sind dabei haben sie glaube verbessert auch wieder auf um fünf sekunden reduziert damit ist gleich anladung der ladung für den torpedos haben wir drei buch haben wir so drei wir nachgeladen buch haben vier also hinterher haben wir haben vier torpedos hinten also das ist schon relativ viel geschwindigkeit 26 kunden aber ist mir im ganzen video aufgefallen die geschwindigkeit wurde über wasser bereits angezeigt wie schnell sind die unter wasser das wird hier gar nicht angezeigt ist mir gar nicht aufgefallen wie ich sage dir die die motorleistung und restliche werte ja die geschwindigkeit ja 26 über wasser was ist die geschwindigkeit unter wasser das wird hier gar nicht berechnet oder nicht dazu gerechnet ja 26 kunden ist auch nicht wie schnell also kreuzer und schlachtschiffe kommt wird gerade so noch hinterher aber also die schnellste sind die eher nicht also die sind ja wirklich das sind ja die lahmen krücken ja also hier würde ich eigentlich geschwindigkeit ein bisschen erhöhen naja komplette schissdrehungen sind wir bei 580 meter und der stellzeit sind wir bei sechs kilometer torpedereichweite von 6,1 also der der beste ist leider auf der sechser wert ja und damit sind wir 100 meter mehr geworden abfall bei nebel sind wir zwei kilometer wir haben hier der controlpartner mit dabei der und die restliche wasser büten zu haben ja so jetzt kommt er mir kompletter fazit mal mal gucken wo ist da der geschützt überhaupt wo sitzt der der geschützt der kanonen ach da vorne geht ganz weit vorne nun gleich wohl wukum komandoturm ist ok so so wie man war was anderes mal so kann man sagen wir gucken wir mal mein kompletter fazit an so mein kompletter fazit an diesem ganzen britischen u-booten ja der beste finde ich kann man sagen der der 6er mit 5,5 das ist hammer geile damit für die würde ich sagen das ist auf schufe 6 das sind neben die deutschen mit damit ist auf zweiter platz also mit kurzem aber der 6er ist dieser schiff die u-booten auf zweiter platz reichweite mädchen von der sonar ping und torpedor reichwerte am dritter stelle komplett weit unten so also ich hier ist wirklich der highlight die die sonar ping sondern dort den doppelping was hier machen kannst aber sonst das ist der einzige was du was die schiffe wirklich besonderheit da ist der doppelping hier also wenn man die doppelping macht und gerade vorhergelegt hat oder gerade sonst was gemacht hat gerade aus dem doppelping gemacht du schmeißt kein torpedos an bord du hast relativ relativ cool zu wieder und noch nebenbei also hier ist die stärke bei den breden der sonar ping das ist der einzige stärke die schwäche ist da der torpedor reichweite okay dämlich ist ja egal wir haben ja anstatt nur die homies torpedos torpedor reichweite ist kompletter müll damals wie ich hier sehe ist auch kompletter müll da sind hier fast die ähm die armys auf der gleiche stufe hier schon aber mit torpedor reichweite weit unten also hier mit den werten hier mit den doppelpingen hier besonders dieser ping du kannst den ping ja noch verdoppeln ja noch da bist du über knapp minuten schon das ist schon extrem heftig aber hier bei den britischen zweig ist mir jetzt langsam aufgefallen bei den ganzen vorstellungen hier ist die stärke der sonar ping also wirklich den doppelping zu setzen das ist ihre stärke hier und dann natürlich die die secondary was das hier was sie den jetzt hier bekommen ja wir haben nachgeguckt der secondary ist hier vorne da sitzt er hier ist wirklich der stärker der sonar ping die torpedor reichweite mit zehn kilometer sind mit sonar ping aber vergleichbar ja ist auch kompletter müll also zehn kilometer auf stufe 8 ist sozusagen ist noch okay ne stufe 10 ist auch stufe 10 ist ja 6er stufe 11 haben die armys auch schon auf stufe 8 schon also hier ist er echt grottenschlecht ja und die restige werte mit dem mit den komischen anderen krepp hier was hier ist ist nett und schön und gut aber ja das ist alles also hier so lebenstechnisch ist etwas besser geworden hier würde ich sagen bei den ganzen zwischen zwei sonar ping finde ich hier extrem heftig extrem stark wie laut ist ziemlich sehr sehr angenehm aber was hier wirklich beschissen ist ist die torpedor reichweite die wollen ja die uhr bitte halbwegs balancen ja aber die die wegen links einzeln aber hier wird immer ein kilometer erhöht also das finde ich persönlich zu wenig allerdings 1,5 kilometer links mit den breden links links 11,5 links kommen kannst weil die armys haben jetzt schon die doppel torpedor reichweite die deutschen ja ja vier die mehr vier kilometer mehr ja dazu noch um die deutschen relativ sehr gute kursie man ja ich weiß also wie gesagt so napping ist die ist hier die stärke aber torpedor reichweite ist hier der kraus also hier ist es ich ein kraus mit zu spielen ohne richtig richtig der gegner die wirklich scheißegal das kannst du hier spaß haben mit den britischen uhr würden aber mit restlichen wert also ich hier ist ein zwack er also mehr eine qual also ich würde ist meine persönliche meine bei den briten highlight links eine repartormannschaft zu geben weil du hast so wenig reichweite du kriegst so stehen auf die fresse kann man sagen die meisten schiffe haben ja schon knapp zehn kilometer ja schon die wasserbomben schon ja du bist ja im grunde in der reichweite ja also hier wenigstens bei den briten hört sich wirklich aggressiv sagen wir wirklich von mir kritisch kann man sagen hat koala wenigstens briten wenigstens eine repartormannschaft zu geben da wenigstens aber hier 26 klonen auf stufe stufe 10 ist auch relativ grenzwertig also nehmen wir sind nicht mehr grenze hier auch schon wie die eher schlecht wir sind die arme ist die deutsche sind über wasser teils doppelt so schnell und der brite kommt ja nicht mehr hinterher ich will nicht wissen wie schnell der unter wasser bestimmen eine schnecke ja also von den werten gruppen ganzen ist er brite der schlechteste ubezweig was es gerade gibt so ein abhängig ist das stärkste aber hier bei die deutschen haben ja die batterieleistung was der wichtig der highlight ist die amt können die können schnell abtauchen das ist auch eine besonderheit ja aber was dann die briten außer den starken sonar ping was sie haben also ich hier würde ich als highlight wenigstens noch eine repartormannschaft geben ist meine persönliche meinung also wenigstens nur ein bisschen ap dazugeben aber wegen wegen als als vergleich als vergleich wegen der geringen torpedor reichweite ja also die kilometer ist extrem wenig da kriegst du übel schnell auf der fresse weil viele zerstörer ja haben relativ stärker wasserbomben ja die können ja die stelle schnell ausnehmen ja und sonst irgendwas allerdings ja wenigstens auf 11 5 kommen oder oder 10,5 wenigstens etwas mehr toleranz zu geben also ist ein bisschen heftig also aber wie gesagt hier sind hier nur mal anstatt nur homies tobies so angeteasert ja das ist erst mal mein fazit so nahe ping relativ stark wie ich sehr stark bei den briten aber rest mit torpedor reichweite eher kraus also eher so sehr unterdritte will ich sagen die schiffe werden getestet aber ist meine persönliche meinung wenigstens 1,5 mehr reichweite geben und wenigstens bei den briten nur ein highlight geben außer der starken sonar ping über knapp über minute oder knapp zwei minuten das ist extrem heftig wenigstens etwas mehr reichweite geben und als highlight wenigstens wie bei deutsch und bei den amerikanern wenigstens einen starken hier einfach so ein repertórmannschaft geben also ein kleinere beton manchmal wenigstens 100 oder 200 hp pro sekunde wenigstens generieren wieder wenigstens ausgleich wie die geringe torpedor reichweite das würde ich würde ich würde eher anpriesen ein bisschen weil 10 km ist echt schon extrem wenig da sind die relativ uber und der britische uber sehr schnell raus naja ist meine persönliche meinung hier jeder hasst die uber und das ist ein bisschen unbegliedes klasse aber ich habe teils rum gehabt da bin ich teils schadet der gefahren oder du bist auf die falsche seite hingefahren und da ist kaum was gewesen und da bist du gehst mit 200 kam mit nicht mit 200 mit 20.000 schaden gehst du gerade aus der runde raus egal geile runde naja das war jetzt mal von u-booten eure meinung ich weiß die u-booten sind gehasste und beschisseste klasse aber die kommen jetzt rein im spiel kann man nicht ändern ich denke mal früh später war es wäre es immer an ehe gekommen kann man sagen die haben ja dass das event gemacht mit den genau das war mit den halloween event ja mit den u-booten ja das war kann man sagen erste testphase gewesen und ich denke meine haben sie schon mal getestet wie die u-boote wie die gemocht wurden sind anscheinend weil es sehr 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 beliebt gewesen die spielerschaften waren doch interessiert an u-booten lass uns doch mal doch mal eventuell doch mal die u-boote implantieren ja deswegen ja mal schauen aber gehören sie jetzt zum spiel dazu können wir nicht ändern sind jetzt drinnen ich weiß die u-boote viele hassen u-boote es gibt welche die lieben u-boote und bei den ganzen u-boot testen sag ich jedes mal auch was ich nicht verstanden habe rome der sechser relativ viel ep kostet zum beispiel mit 12 12.500 brotten sechser spielen und die restige 8er und 10er viel weniger eigentlich muss es umgekehrt sein der 10er muss 12.500 ep kosten und der 6er viel weniger und 8er natürlich bis mehr also da hätten die ep messer ja eigentlich umdrehen müssen ja aber haben sie ja das gegenteil gemacht fand ich bisschen merkwürdig warum das sogar so gemacht haben weiß ich leider besetzt immer noch nicht naja das war jetzt mal von u-booten mäßig highlight von den ganzen würde ich sagen finde ich persönlich von ihm wie gesagt einbieter gesagt das ist interessant ist dieses schiff also der t7 da ist mir etwas interessanter wie gesagt dass die die können ich packe ich unter video beschreibung rein ihr könnt ihr euch das ganze wo die ganz geschichtliche und sonst irgendwas genauer angucken dann wünsche ich euch noch schönen tag noch schönen abend noch bis das nächste und haut rein